Ein Und jetzt gemeinsam herzliches Willkommen Zum Super Metze Power Cup Mit dabei Krakowicz Und Rakovic Und Rakovic Nein Und Ending Und Fangen wir Und Rakovic Und die erste Große Nein Ja meine Damen und Herren Willkommen hier in Cup Runde Nummer Jetzt muss ich kurz 6 Ja Cup Runde 1 Ja Runde 1 Spiel 6 Entschuldigung Ja Stimmt Korrekte Ausdrucksweise Natürlich So Entschuldigung Wenn ich dich das so jetzt korrigiert habe Naja passt 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 ja Weil ich habe schon gedacht Was wir sind Cup Runde 6 Ich habe die ersten 5 verschlafen Ja Bundesliga Duell Bundesliga Duell zwischen Innsbruck 2 2 zu 0 durchgesetzt Ja Hier wird es jetzt glaube ich nicht so leicht werden Ja Admir Im letzten Spiel Sehr gefährlich Und hinter sie an allen Toren beteiligt Dass ich jetzt mal legt Tölke Ja der eine ist zwar hoch gestiegen Der schwarze Innsbrucker Ich glaube war es Barsäuer Ich weiß es nicht Natürlich das letzte Spiel hat Der erste Punkt Hat Auftrieb gegeben Für Diedmira Was den Abstiegskampf angeht Die Innsbrucker derzeit In der Tabelle ja Ganz weit oben An erster Stelle Ist eigentlich ja erster gegen am 12. Kann man sagen Auch was die Tabelle angeht Machst du Spaß Und hinter sie an Naja Ich glaube das war bald gespielt Aber bitte Zwei Umstellungen gab es in der Startmannschaft Mannschaft Oh Oder machst du Spaß Die zwei gegen mich oder und du kriegst das voll Ja Hinter sie an Hinter sie an Hinter sie an Hinter sie an Ja, Innsbruck aber doch, trotzdem gefährlich. Ja, Hausjel, unter anderem neu in der Startformation. Oh, schade. Oh, der Schirik. Oh, der Schirik. Gott sei Dank. Oh, Gott. Ja, das erinnert mich an ein Match. Wo ist er jetzt? Hartberg. Hartberg muss ich dann auch noch sagen, aber das mache ich dann im nächsten Match. Wie muss ich berichten? Ja, zwei Minuten gibt es oben drauf. Ja, Admiral überraschend in Frontier. Ja. Wobei die Formkurve zeigt er ja nach oben, sage ich mal. Ja. Aber trotzdem sind sie noch letzter und noch mitten in den Abstiegskampf verwickelt. Ja, jetzt kommt einer, der eben auf der Bank sitzen musste, weil er die Chance nicht bekam, weil er die Leistung nicht gebracht hat, die man von ihnen gewünscht hätte auf dieser Position. Aber gut, wieder am Pfiff. Zwei Erstligisten sind ja schon raus. Ein Dritter fliegt heute sicher auch raus. Oh, das könnte. Ja. Ah. Schimpelsberger verlässt den Platz. Das ist jetzt bitter. Das ist jetzt so. Ach. 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 Oh, 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 oh. Eieieiei Schön, hinter sich ja gelöst Jawoll Und da ist der Eingewechselte Ja und wieder hat hinter sich ja seinen Fuß Mit dabei Und wieder hinter sich ja Ah, schade Ach ja, schön Ah, den kriegt er nicht, oder? Oh ja, Esswein Oh, schön Ein Charkowitz So, was war da jetzt? Das habe ich jetzt nicht gesehen Geile Karte, Markus Meier War so, er regt sich fürchterlich auf Ah ja Ah 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 schon. Na gut, haben wir jetzt auch den letzten Wechsel? Ja, das war ein Blödsinn jetzt. Ja, an ihrer 25 Minuten müssten sie das noch durchstehen. Wäre der erste Saison-Sieg. Natürlich werden sie dann auch in die Liga natürlich wieder gut reinkommen vielleicht mit so einem Sieg gegen den ersten Zwülle Dudkun und auch natürlich das Weiterkommen im Cup. Na, was werden wir so machen? Oder? Hat er das jetzt checkt? Jawohl. Können wir gleich nachschauen. Kaschbaum ist auf jeden Fall jetzt sehr gut für die Äthmiere der Zeit. Nächster Freistoß an einer sehr guten Position. Keine Pause, nur verfügt wirklich scheißen. Dann machen wir natürlich Verbleh. Das war nicht Verbleh. Na, jetzt. Ball kriegen sie nicht weg, aber jetzt. Boah, Leitner. Danke, danke. Leitner. Wichtig. Ja, 2 zu 0. Diesmal aber andersrum. Na, Blödsinn. 10 noch. Danke. 5, 3, 2, 1, los geht's. Wichtig. Ja, sehr wichtig. Starke. Ja, sehr schön. Hinterseer. Alter, das gibt's ja nicht, dass der Ball genau dorthin springt zum Hinterseer. Das gibt's echt nicht. Punkt, genau. Und das sagen wir jetzt, dass das geplant war. Ja, schön. Ja, schön. Nein. No, nein. Ja, schön. Na, na, na. Ja, schön. Näh, na, na. Passt? Passt ist. Passt. Passt. Passt? Passt. Passt. hier ist der wahnsinn man des tagesleitner portion ja ja 3 Minuten noch und die Überraschung wäre perfekt so kann man auch klären Abmira holt den ersten Saison Sieg und steht damit eine Runde weiter im Cup und das ist ganz wichtig das gibt Selbstvertrauen ja wiederholungen gibt es leider keine wir sehen uns also im nächsten Spiel bis dann noch dran macht es gut genau macht es gut Ciao Ciao